Hier läuft das erste Paket der neuen CI Factory von Engelbert Strauß offiziell vom Band. Dies war gleichzeitig der Startschuss für den Regelbetrieb der Fabrik am Distelrasen in Schlüchtern. Mit der 200 Millionen Euro Investition sollen in Zukunft bis zu 4000 Lieferungen pro Stunde das Werk verlassen. Engelbert Strauß selbst ist Bauherr und Eigentümer der Immobilie. Die Lagerlogistik übernimmt BLG Logistics. Rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen hier zukünftig beschäftigt werden und sich um den Wareneingang, Kommissionierung, Versand sowie Retouren kümmern. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020